Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 20. August mit Tobias Stein. Guten Abend. Und ich kann an dieser Stelle feierlich verkünden, Ende des Jahres wird die Emscher nicht mehr stinken. Das hat uns heute der Vorstandsvorsitzende der Emscher-Genossenschaft gesagt, bei der feierlichen Inbetriebnahme des letzten großen Pumpwerkes an der Emscher. Das sorgt dafür, dass das komplette Abwasser aus der Emscher jetzt in ein Klärwerk fließt und dann sauber zurück in die Emscher. Bis Ende des Jahres werden alle Teile dieses Systems angeschlossen sein und dann läuft durch die Emscher nur noch sauberes Wasser. Das klingt so einfach, ist aber das Ergebnis eines absoluten Mammutprojektes. Der Emscher-Umbau, der dann zu Ende geht, hat dann insgesamt rund 30 Jahre gedauert. Ein bisschen schöner, weil vor allem einfacher ist das Leben ab heute aber auch für uns alle hier in Essen, denn ab heute gelten die neuen Corona-Regeln bei uns. Geimpfte und Genesene können jetzt quasi alles wieder machen, nur die Masken müssen auch sie nach wie vor tragen und möglichst auch auf Abstand achten. Alle Ungeimpften brauchen allerdings jetzt für fast alle Aktivitäten seit heute einen negativen Corona-Test und ab Mitte Oktober müssen sie den auch selbst bezahlen. Ihr findet natürlich alle aktuellen Corona-Regeln im Detail auf radioessen.de, könnt ihr da ganz in Ruhe nochmal nachlesen. Noch nicht ganz klar ist, wie es für die Bahnpendler am Montag in die neue Woche geht, denn die Gewerkschaft der Lokführer hat heute neue Streiks angekündigt. Von Montag früh um 2 Uhr bis Mittwoch früh um 2 Uhr wird gestreikt. Mit welchen Auswirkungen hier bei uns in Essen ist aber noch nicht ganz klar. Die Bahn geht für ganz Deutschland davon aus, dass etwa zwei Drittel der Züge ausfallen werden. Für manche Bundesländer stehen auch schon konkrete Streikpläne online. Für NRW wird aber an diesen Fahrplänen noch gearbeitet, so war zumindest der Stand bei Redaktionsschluss für diesen Podcast. Ihr könnt aber sicher sein, dass wir euch das im aktuellen Programm hier weitergeben bei Radio Essen, sobald wir da genauere Infos haben. Die Situation in Afghanistan haben wir natürlich auch weiter im Blick. Es hat sich aber in den letzten 24 Stunden leider, muss man sagen, kaum was verändert. Die Situation am Flughafen in Kabul ist immer noch chaotisch. Heute gab es Meldungen, dass ein Deutscher auf dem Weg zum Flughafen angeschossen wurde. Auch vier Essener Familien kämpfen immer noch darum, zurück nach Hause zu kommen. Kais aus Borbeck ist einer von ihnen. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr hier. Und ich gebe auf. Wenn das so weitergeht, ich habe kleine Kinder hier. Ich komme auch nicht hier weiter. Da sind tausend Leute und die schießen überall, die Taliban und so. Wenn das so weitergeht, ich gebe einfach auf. Andere Wahlen habe ich ja nicht. Am Hirschlandplatz haben heute rund 100 Menschen für mehr Unterstützung für die Menschen in Afghanistan demonstriert. Sie fordern sichere Fluchtwege für alle, die dort vor den Taliban fliehen. Auch Essener Politiker wie Thomas Kufen oder Matthias Hauer setzen sich für die Essener in Kabul ein und halten Kontakt. Drei Essener haben es inzwischen auch schon wieder zurück hier zu uns nach Essen geschafft. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast heute hört, wisst ihr schon mehr als ich jetzt. Ich hoffe aber zumindest, dass Rot-Weiß-Essen heute seinen ersten Heimsieg der neuen Saison holt. Der SV Strahlen ist zu Gast an der Hafenstraße. 7500 Fans dürfen dabei sein. Auch das wegen der neuen Corona-Regeln und dieser Lockerungen. Und die Fans sehen heute Abend eine ganz neue Mannschaft. Denn in der Sommerpause hat Rot-Weiß 11 neue Spieler verpflichtet. Wir berichten natürlich live vom Spiel. Ihr könnt also entweder noch reinhören jetzt hier bei Radio Essen. Oder ihr hört einfach morgen früh dann wieder rein. Dann gibt es natürlich den ausführlichen Nachbericht zum ersten Heimspiel für Rot-Weiß-Essen in der neuen Saison. Das Wetter solltet ihr vor allem morgen so gut es geht nutzen. Denn das wird der mit Abstand wohl schönste Tag diese Woche. Nur dünne Wolken, die Sonne kommt immer wieder raus und es bleibt trocken bei 26 Grad. Sonntag müssen wir dann schon wieder mit Regen und Gewittern rechnen. Und auch Montag bleibt es Stand jetzt erstmal wieder nass. Die nächsten aktuellen Nachrichten aus der Stadt gibt es morgen früh um halb acht hier bei Radio Essen. Euch wie immer jetzt einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es...